So, habe die Ehre. Ich bin's, der Birger. Und was jetzt gleich kommt, das hab ich so noch nicht gemacht. Zuerst wollte ich das ja irgendwie schon löschen und dann aber denkt, na, mir nicht, da ist irgendwie die Schad drum. Und man kriegt ja bestimmte Leute nicht jeden Tag zu sowas. Was, das seht's gleich. Voll Spaß. Heute ist ein wundervoller Tag, weil ich genauso wie hunderttausend von euch andern, ihr so lange ohne binst und so lange ohne drinst und so lange umeinander da und im Alltag hab ich so beschissen langweilig, weil es wieder auch so scheiße ist wie ein Haufen Scheiße. Deswegen hab ich mir heute den, laden wir einen Special Guest ein. Das ist eine sehr seltene Sache. Deswegen sag's bitte schon nett zu ihr. Nämlich Frau. Ich hab mir gar keinen Namen für die Birgerin. Wieso nicht? Wie denn dann? Ich hab nix, dass ich mir da drüber gedacht hab. Es gibt noch jemanden, der ist noch unvorbereiteter wie ich. Wie war's denn, was ich mein? Verkauft mir das ja als einhornliebende Regenbogenpupserin. Kann es wirklich lieber sein? Siehst, so eine Kandidatin, sie sitzt immer da, wenn wir uns irgendwelche Horrorfilme anschauen und quetscht ihr Gesicht ins Kissen rein. Und das werden wir heute herausfinden. Sag mal, was muss! Frau! Ausgepackelt haben wir folgendes. Nämlich Layers of 4. Ich kenn's auch nicht. Sie kennt's sowieso nicht. Scheiß auf das Intro. Los geht's. Du, ich druck mal nirgendwo. 2, Platz 1. Ich tippe was ein. Äh, Bürgerin. So, umbenennen. Wieso soll ich das jetzt umbenennen wollen? Laden. Neues Spiel. Das ist alles scheiße, die kann es auch interessiert haben. Huch, hört keinen Laus. Huch, huu. Ist das, ist das Intro. Ist das Intro sagt so viel aus wie ein Stein. Ich hab jetzt drauf gehört, dass mich ihr Gesicht gleich schreit. Was, ihr jetzt gleich schon? Ja. Nein, ist klar. So, dann sind wir da in einem... Hast du schon was gefunden? Geh mich hin. Ich geh nicht hin. Ich geh nicht hin. Ich geh nicht hin. Ich drück mir die Schultertasten. Nein. Das ist ein Hundemaulkor, wenn du mich fragst. Ja. Und wie schau ich denn rein? Ich werde es nicht nehmen können, nehme ich an. Das ist bloß zum Anschauen. Stimmt, das ist ja bloß eine Lupe da unten. Rechts, rechts rum halten. Man muss schon abgeschaut zum Griff. Three weeks later. Himmel! Was ist ein R? Da sind wir übrigens bei dem Punkt, wo ich sage, fürchterlich stark oder fürchterlich, fürchterlich. Das ist ein R. R. T. Das ist da rum ist R. T und das ist R. Jetzt halt ein Kühlmützel. Halt RT, das ist RT. Du hast gesagt oben. Ja, oben. Das ist ganz oben. Und jetzt tut das weg. Das Video dauert schon vier Stunden. Da ist ich nicht einmal die erste Tio. Was ist da gelaufen? Was ist da gelaufen? Was ist da gelaufen oder so? Das habe ich gesehen. Kiste. Nach oben ziehen. Halt rein in der Blattl. Nein, das mag ich nicht lesen. Das weg. Allerdings weiß ich wirklich keine alte Hesau. Ich weiß, das geht mir auch mehr. Ich habe geschissen, in einem geschissenen Kleiderschrank habe ich angefangen. Dear Sir, we would like to ask you to chase bothering blood. Weg. Was Pesky Pets Shedlings became g'fugged. Oh, da hat jemand noch nicht erzählt. Da hat jemand noch nicht erzählt. Ich glaube, ich muss den Rest nicht lesen. Weg damit, weg damit. Da liegt was am Tisch. Ja. Ja. Ein Hundehal. Mulligan Avenue 7c. Poppie. Poppiell. Poppiell. Popkel. Keine Ahnung. Popkel. Wir nennen seinen Scheiß und Popkel. Popkel. Kein netter Hund mehr hier. Da sind Kriegsorten drin. Warum sind da Kriegsorten und da Pfeife? Schaut aus, ob der Schublade von meinem Opa ist. Genau, da liegt genau dasselbe Scheiß drin. Falls du ihn noch erinnern kannst. Mhm. Mhm. Was ist das? Das mag ich schon lesen. Er hat den Taschduber geschaut. Er hat quasi die Schlüssel wieder in... Im Office. Im Office hineingelegt. Es ist einfach so geil. Es ist einfach so geil. Es ist jetzt, glaube ich, wurscht. Leute, die normalerweise keine Computerspielerin schmecken. Da ist ja jeder so Blut drauf. Es ist Rost. Mach da keine Essensschranke jetzt auf. Geh da mal auf irgendein Tier rüber. Geh da mal irgendwo hin. Der Tag ist deine. Der Tag. Geh da mal rein. Ja, im Keller. Ja, ich hab auch ganz... Ich hab auch ganz... Ich hab auch ganz... Ich hab auch ganz viel Bock, dass wir jetzt in den Keller gehen. Alles klar, da muss ich in den Tier rüber. Gehst du da nicht rein. Das ist schon gescheit, Finster. Ich hab mir das schon an. Das ist schon geschissen. Wie geht's eigentlich da? Ich wollte die Lampen. Irgendwann werden wir da irgendwann einmal rein gehen müssen. Ich wollte die Lampen mitnehmen. Du kannst die Lampen mitnehmen rein. Du kannst die Lampen mitnehmen rein. Du kannst die Lampen mitnehmen rein. Eine jetzt da mit dir. Was ist das? Oh, als wenn das Ton hört. Was? Oh. Scheiße. Das ist das letzte. Geh mal rein. Nein. Jetzt geh ich mal rein. Jetzt geh ich mal rein. Jetzt geh ich mal rein. Ja, wir werden eine Maus bald schon ausschauen. Aber das schockt nicht. Merkt einmal, wie ist das drastische Ding. Da ist mir sicher auch später auf irgendeinem Objekt irgendein Hinweis von irgendwas. Ja. Hörstenspektrum nicht. Geh mal drüber. Ich hab gesehen, ob es jetzt reißt. Also... Jetzt kann die Maus da fliegen. Ich seh die Maus ja nicht, die du da siehst. Da ist keine Maus. Das ist ein Mausloch. Ja, siehst du das nicht? Geh, außer da. Da gibt's nichts. Außer da. Jetzt stresst mich. Ich bin eh schon gestresst. Stresst mich nicht. Ja, mach es noch ein wenig langsamer auf. Vielleicht ist es dann weniger schlimm. Woman! What are you doing? Was man alles für einen Scheiß machen kann? Mich würde auch nicht so stark interessieren. Warum sind wir da? Wer sind wir überhaupt? Da interessiert es dir eigentlich dir. Ich hab's schon gesehen. Warum ist der Maus mit maximal fünster in den Scheiß-Tieren? Kannst du mir sicher über das Lüftung machen. Ah, da hast du eine Lüftschalter gefunden. Soll ich doch mal die Kisten reinschauen? Die schau dir so aus. Alles war aus drüben. Paprika ist auf alle Fälle. Paprika ist essentiell wichtig. Jetzt entweder hoch in den Keller oder hoch in den Speicher. Ich weiß, beide ist gleich schlimm. Jetzt hast du ja gemeint, da gehört ein paar um den ihr Kindes oder was? Bist du behindert? Was sind denn diese warte Beutel? Schau einen Typ mal. Schau einen mehr mal. Was ist los mit dem? Das ist schön hell. Schrei. Was wirst du denn? Versteckst du am Ständen? Da ist dir aber brav. Damals deine. Oh nein, brav. Gib dir Brief und Siegel. Klavier spänen. Oh. Sperren auf. Sperren auf. Sperren auf. Kippe. Oh. Oh. Women watch a do-in. Das hast du gemacht? Wenn irgendein Geist aufgewickelt ist. Hast du das gemacht oder hast du es von selber abgewickelt? Ja. Ah ab, ich mag das nicht. Geh weg jetzt von dem Ding. Da ist eine. Nicht die Beinflaschen noch. Schau. Einige da. Oh Gott. Scheiße tun Leute. Das ist aber von da drin gekommen. Ja so. Ja wie sollst du weiterkommen im Leben wenn du jetzt da nicht reingeißt? Da liegt die Stirngdaten. Da liegt die Stirngdaten. Da brennt eine Feuer. So wie die Feuer hat es hinter. Eine, jetzt geh halt eine. Schau dir mal das Beutel an, dann nimmst du dich doch. Schau halt nicht, ob ich hinter dich. Auf den Tisch ist der Schlüssel gegangen. Nimmst du aus den Abflug, runter. Wormeln! Da zeichnet jemand gern. Du musst die Leinwand runterziehen. Das ist ein miserabler Arschlochton. Penzel, Abbroni Penzel. Was hat er noch grad da? Was ist jetzt da wieder rausgekommen? Schau mal in die Box. Ein überall bloß B. Ich wollte grad sagen, schau im Spiegel. Ja. Können wir jetzt da wieder rausziehen? Ja. Ja, jetzt sind wir aber ganz woanders. Da sind wir nicht hergekommen. Auf alle Fälle. Ist das doch recht zu dir, ne? Da scheißt du sie doch nach Hause nicht gesehen. Ich bin ein Tür auf. Passt schon. Just out of reach. Oh Gott! Fuck you! Ja, der kann nix. Doch, der kann ja schon. Du musst uns halt damit treffen. Ja. Was ist das überhaupt für ein verrückter Scheiß? Wieso schaust du nicht? Die hat ja so eine Gasmaske auf, wie zu Pestzeiten. Sticht da jemand ab. Am Galten. Was ist das da? Eine riesengasse Katze. Was sind... Ja, und wieder zu dir. Das hilft wahrscheinlich nicht. Natürlich habe ich wieder woanders. Mir geht es gar nicht gut. Ist ja bloß so spät. Wir wissen so... Wir wissen gar nicht, was wir überhaupt tun. Warum? Warum? Going... Going in circles. Und dann ist es ein sauberer Super Ranger. Ein sauberer Zug-Suffer, wenn du mich fragst. Eine jetzt da. Es zurückgeheft da übrigens nix. Die Kipps sind so auffällig, dass man sicherlich irgendwas mit denen tun muss. Oder auch nicht. Da hängt der Fallig wieder das selbe wie Battle. Und da rechts hängt auch wieder das selbe wie Battle. Ja, die Küsten. Ah ja. Haben wir schon so weit. Und die hat's oder? Ich weiß nicht. Jetzt müssen wir irgendwie herausfinden, was es wirklich ist. Schauen wir mal, ob es dann... Du hast Lust an lauter Stimmen. Der bewegt sich von selber. Kann ich nicht sehen. Ja, der bewegt sich von selber. Das ist wie dein Kopf sie bewegt. Ja ich habe mal geguckt, ob es dann nicht dauernd so. Wie soll ich's ihr erklären? Ob sie es auch versteht? Save the date of request pleasure of your company to celebrate your wedding on Saturday, the 9th of June, St. Louis Chappelle at 2 o'clock in the afternoon. Das heißt für mich so viel wieder. Das ist 9, 6, 2. 9, 6, 2. Ha! In Amerika wird ja 6, 9, 2. Wird ja das Datum anders geschrieben. Aber wir haben es ja schlau. Das ist brutal, Leute. Aber ganz ehrlich, wieso soll ich erzählen, wo irgendein Datum drauf ist, das Zahlenschluss für dieses Ding sei. Das macht auch irgendwie überhaupt keinen Sinn. Mein Wissen kommen muss nicht. Da liegt auf der Couch was. 8, 5, 4. 8, 5, 4. Ich stirb gleich. 8, 5, 4. So ein Scheiss. The past holds back, look closer. Keine Ahnung was ich sehe. Das ist ein Ring, ja. Wowie, wow, wow. Schau mal links. Diese verdammte Tür war doch vorher nicht. Never forget. Okay. Bitte. Das macht die Fertigliche. Pitching. Jetzt wackelt einer der Stuhl von selber. Jetzt muss ich aber aufgehört. Ich krieg einen Herzinfarkt. Ich trau mich nix mehr zu tun. Geh rechts in die Tür ein. Lauf einfach davon. Lichteffekt. Warum hinten da ein scheiss Baby im Fenster? Was? Da hinten ein Baby im Fenster. Was ist das? Das ist ein Bild. Das ist ein Bild. Was ist das? Schau aber bei mir aus. Da hat ein Puppen drin gelegen. Ich hab Angst. Ich mag nicht mehr. Ja, du musst aber. Da schwebt irgendwas scheinlich. Schwebt da was? Ahhhh. Jetzt schau nicht weg, weil lieber in die Hose scheiße. Bist du behinder? Hast du da drauf drückt? Was hast du da? Ich bin einfach nur hier. Hingegangen. Ahhhh. Jetzt steh ich da im Fenstern. Und piss mich gleich hoch. Da Lüchtscheiter, Lüchtscheiter. Wichtig. Das ist unser Freund. Der Lüchtscheiter. Jawoll. Der Lüchtscheiter. Der Lüchtscheiter. Lüchtscheiter. Ich treff das nicht mehr da. Die ist schon da links. Die ist schon da. Jetzt geh zu. Aufhör mit dir jetzt. Das tut auch nicht besser! Das geht schon, geh zu. Hebel! Ich säg ihn schon! Du musst hebeln! Schaut das aus wie ein betätigter Hebelfrau! Was ist denn hier für... Jetzt ist das Baby auf dem Hirschschuhm. Das hätte ich auch nicht gesehen. Das war das erste, was ich gesehen habe. Okay, Baby auf dem Hirschschuhm. Baby ist jetzt am Hirschschuhm. Hey Baby, warte schon drüber! Hör auf! Man muss lächeln, das hilft. Schau dem Typen noch mal. Nein, Moment! Wo schaust du denn? Rechts zu dir! Ich höre einen Schlaganfall, wenn ich noch nicht selber spielen kann! Wer weißt denn du, dass da rechts was war? Weil ich das in meine Kopfhörer rechts sehe, genauso wie du! Aus jetzt aus dem Raum! Raus! Raus! Das ist nicht das gleiche wie lange ich umgekehrt habe, oder? Nein! Bole! Fuck you! Paint deep lies! Was? Ich habe mich nicht zurückgeschaut! Ah, da ist es! Ah, draw me like you're French girls! Oh, I want to get all those lovely curves just right! Just right! Mach ich nichts damit zum Traum! Raus da rein! Was swingties! Ex, ohne Scheiße, ich hab echt Schiss! Ja, das war der Sinn der ganzen Geschichte! Ist ja bloß ein Spieh, Pärl! Ich möchte, dass das du spielst und hinschaut zu! Ich zitiere! Ist ja bloß ein Spieh! Wir haben eine gute Erfahrung gemacht mit Typen genau! Aufschauen! Wir sollen jetzt auf alle Fälle mal zu dem Bettl hingehen! Ich finde, das wäre der Fall der Fälle! Ist die Rats jetzt so straight in das Feuer eingelaufen? Oder was war und ist jetzt? Ja, nein! Ich sag's dir! Es funktioniert ja beim fünften Mal funktioniert es noch! Bole! Come on! Bole! Ich hab mir jetzt schon gedacht, ey, ich dachte, hä, wieso hängen die Stühle da auf dem Intro? Bist du behindert? Ich krieg einen kompletten Schlaganfall mit der Scheiße! Und obwohl ich bloß zuschaue, ich krieg einen Vogel! Da liegt ein Teddybärle! Ich seh schon aber her nichts, weil du die ganze Zeit... Schau's Teddybärle, Olds! Ich mag nichts mehr ansteigen! Schau's Teddybärle, Olds! Doch! Zoom! Frau Zoom! Ja! Keine Ahnung! Ich glaub, das ist das erste Mal, dass ich sowas überhaupt mach! Es ist schweinefrei Arbeit, das scheiße Zamm zum Schneiden! Ich weiß nicht, ob ich da langen Spaß drauf hab, falls euch das wirklich taugt! Darum geht's aber diesmal weniger! Mir hat's sauber taugt! Endlich einmal mit der Frau zum zacken! Das ist was ganz was fucking seltenes! Ich hoffe, euch hat's einigermaßen unterhalten! Wenn's euch taugt hat, lasst einen Like da, lasst einen Kommentar! Äh... Dann machen wir das vielleicht öfter! Ja! Was soll ich jetzt noch sagen? Wir sehen wir uns am Freitag! Habe die Ehre!